hallo du liebe hallo du lieber heute möchte ich dir einmal vorstellen das jahres reading für 2024 wenn du da interesse daran hast also es ist eine kartenlegung wo wir ins jahr 2024 reinschauen und falls du also dein jahr 2024 und falls letztes jahr schon mal dieses jahres reading bei mir gebucht hast dieses jahr ist es viel intensiver weil es ist nämlich so wir schauen nämlich in die einzelnen monate rein mit tarot und lennermorne also januar februar märz april mai juni juli august das heißt ich mache das per sprachnachricht und bilder du kriegst für jeden monat eine sprachnachricht plus das bild von den karten dazu also sprachnachricht erläutert dann eben die energie was dann den monat für dich wichtig ist und zum schluss machen wir noch mal ein großes blatt ja wo wir noch mal die gesamte jahres energie anschauen das heißt es kann natürlich sein dass seine überschneidungen drin sind mit den einzelnen monaten das logisch aber muss man schauen wir dann auch noch mal speziell auf das thema beruf partnerschaft liebe was steht da an auf finanzen im jahr wie liegen die drin fürs jahr 2024 und was möchte das große blatt uns halt noch mitgeben und auch weitere zusatzkarten nutze ich danach noch die wähle ich dann intuitiv also da gucke ich immer was ich dadurch kriege welche ich nutzen darf und soll die dann halt am besten auch zusammenarbeiten für dich dann auch die dann botschaften für dich auch enthalten genau das kannst du per sprachnachricht buchen kostet 88 euro und das ist aber auch per video botschaft möglich dann kriegst du eine e mail zugesandeten link wo du denen dieses video dann downloaden kannst aber dann kommt auch 10 euro aufschlag weil video auch mehr arbeit mehr arbeitsaufwand ist mehr zeitaufwand deswegen aber wenn ich würde ich auch nur sprachnachricht mit botschaften eben mit bildern meine ich rechte botschaft natürlich auch dann sollte das ja auch ausreichen und zusätzlich gesagt kriegst du sozusagen 12 einzelne nachrichten für jeden monat so dass du dir nicht irgendwie eine ehrenlange nachricht das ganze jahr über anhören muss man kann es direkt daneben dafür die monate darauf klicken und die das abhören genau wenn du das buchen möchtest dann kannst du mich gerne kontaktieren ja also unter dem video und in der infobox findest du meine telefonnummer schreibt mich per telegramm oder whatsapp an oder schicken sprachnachricht dann sage ich dir wann ich dir deine legung machen kann ja und zahlungen zahlungsmöglichkeiten gibt es per überweisung oder per paypal genau ich freue mich wenn du bock darauf hast ich freue mich wenn ich dir deine botschaften für 2024 überbringen darf und dann wünsche ich dir noch einen schönen tag oder abend und bis nächstes mal bis dann tschüss